Tag 4 in Bad Neuenahr. Heute haben wir unseren Hotspot gelegt nach Bernau. In Bernau und in Mariental gab es noch höheres Wasser, circa 10 Meter die Flutwelle, komplett durch das Tal. Dort, wo es sich dann verjüngt hat, das Tal, Richtung Mariental, wurde es noch höher, weil einfach die Berge näher ranrückten. Durch diese Verengung ist das Wasser teilweise über die Häuser gelaufen, über zweistöckige Häuser mit Satteldach, die teilweise nicht mehr stehen. Dort in dem Bereich haben wir heute, heute früh, eine Meldung bekommen, die Straßen seien Besen rein. Aber glaubt mir, ich konnte das einfach nicht glauben und bin hingefahren. Und es war gut so. Wir konnten jetzt schon wieder einige Großtechnik-Bagger, 30 Tonnen, Radlader, Schlepper natürlich, unheimlich viele Landwirte dorthin schicken, Leute mit Motorsägen und einen Versorgungstrupp. Ich kann euch sagen, dort ist es bisher am schlimmsten. Und in den Häusern vermuten wir auch noch Menschen. Leider nicht mehr lebend. Das ist ein kurzer Bericht. Derzeit fliegt wohl Frau Merkel hier einen schönen Sonntagsfluch über uns. Dazu sage ich nichts mehr. Das lohnt nicht. Also, wir brauchen die kommende Woche noch weitere Helfer, weil viele werden heute abrücken, weil die müssen morgen auch wieder Geld verdienen. Es sei denn, sie finden einen Arbeitgeber, der ihnen Arbeitszeitbezahlte für hier zur Verfügung stellt. Das ist ein kurzer Bericht. Das ist ein kurzer Bericht. Bis zum nächsten Mal.